mollo was geht ganz kurz sagen dass ich jetzt wieder live auf tütt link zum stream in der beschreibung also kommt vorbei kommt rein bei der wei dann am dienstag ist wie das über youtube vielleicht sogar schon morgen ja wegen dienstag ist update ich hoffe das abbildet nice bin ich mal sehr gespannt und ja wie gesagt kommt rein und wir sagen sie bis gleich